Jetzt auch noch nicht. Ja, der Server ist übelst am Level Changed. Ach, der Detective hat immer okay. Jetzt lädt was. Aber der Detective kann es haben. Das Lichtschwert kann mein Trick, ich hab ja nicht rausgezogen. Kann er in der Gegend rumschmeißen, tut weh. Aber Jessie? Und er kann... Muss einen Schokolade essen. Du brichst dauernd ab, Robin, wenn du redest. Max, dann mach mal. Lass erstmal Robin aussprechen. Sorry. Wow. Ich bin sowieso ein bisschen unruhig grad im Sprach-Chat. Nein! Oh, keine Minecraft-Map mehr. Alter, die Akku-Pulse. Ich muss mal kurz Fairbanks durch. Oh, hallo, hallo. Hey, kann die dich nicht verletzen, Alter? Achso, du kannst mir nicht wehtun. Wir sind noch in der Preparing-Phase. Ja, aber da kann man doch auch Schaden austeilen, oder? Ähm, wer hat mich grade angeschrieben? Kann mir das irgendwer erklären? Das ist ein Bratschen-Phil. Oh, scheiße, jetzt hab ich den. Ja, bitte, kein Thema. Kein Name, aber Bratschen-Phil ist super. Ja, also, soll ich rausgehen? Okay. Alter, raus doch mal alle ab! Tschau, Leute! Äh, ganz kurz, kurze Frage. Meine D-Taste ist eingeklemmt, irgendwie. Also, ich lauf die ganze Zeit nach rechts, ohne was zu machen. Komm, der Vogel ist, äh... Okay, er hat sich erledigt kaputt. So, geht der jetzt eigentlich los? Ja, es geht los. Inno! Ich bin Dete! Okay, Inno! Inno, Inno, Inno! Inno, Inno, Inno! Hey, kannst du mal bitte aufhören? Spider-Man! Irgendwann hab ich Recht damit! Ich bin diskriminiert! What the fuck? Ich bin Spider-Man! Wie machst du das? Das ist Dete-Buch! Ich bin Spider-Man! Alter! Hast du jetzt dieses Scheiß-Ding? Hier ist überall Musik und... What the fuck? Ich bin Spider-Man! Ich bin Spider-Man! Boah, ich hör die ganze Zeit irgendwelche komischen Sounds. Hey, Robin! Du musst dir erst mal was kaputt machen. Ich bin Spider-Man! 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 Warum hat denn Melioda nicht mal ne Knarre in der Hand? Was denn? Weil... Keine Ahnung! Ich faul bin! Was ist los, Kibit? Kannst du das unendlich tun? Wo seid ihr denn? Ich will irgendwie nicht hier alleine, Rob-Kibit! So, Rob-Bubble! Das ist voll lustig! Ja! Hier, Robin ist hier, Jessie ist hier und ich sag mal einfach Flo ist kein Traitor. Wo seid ihr denn? Flo, die sind rumgerattert. Wir händen uns schon mal schießen. Flo und Jessie sind damit prüfen, die sind keine Traitor. Was bin ich im Keller? Ist das geil! Alter, wie gut ist das Ding denn? Boah, ich hab ne Magnum, Alter! Ja, du hast ne Magnum, ich hab was viel geiles. Ich hab, äh, ich hab ne Remington, Alter. Ich hab nicht verlaufen! Shotgun, geil, geil! Kauf dir bitte noch was nicht schön dazu! Da geh ich aus! Ey, Ricky, Dicky, ich hab dich gefunden! Oh, jetzt bist du wieder weg! Alter, was ist das denn für ne Map? Wir hatten nen riesen Untergrund. Du suchst eigentlich den Traitor, das ist deine Aufgabe. Also Flo ist hundertprozentig kluven und Jessie die Haare jetzt nicht abgelandert. Ah! Huch! Achso, du bist hier! Alter, was ist jemand gestorben? Ich bin so übelst verwirrt! Ich hab mich verlaufen! Und niemand ist gestorben oder so? Hier geht's hoch, oder? Wo zur Hölle seid ihr überhaupt? Hier ist ne Leiche! Hier ist in der Grasse eine Leiche! Niemand! Ich glaub ja alleine durch die Gegend! Wer ist verwischt? Wo ist die Gasse und wo ist die Leiche? Welche Gasse und welche Leiche? Ach, du hast die Gasse und Leiche! Wo liegt die Leiche? Hier! Hier bin ich! Hier! Kannst du jetzt... Alter, was ist das denn für ein geiler Move, Robin? Ne, ist der gar nicht, Robin, oder? Wer ist denn Date und ist am übelst am Spider-Man grad? Äh, na, Bert! Ich werde angeschossen! Äh, Wick wird als Mörder angezeigt. Wick ist Mörder! Okay! Na dann holen wir uns den jetzt! Ich komm hier nicht rüber! Wer ist denn da und hilft? Kann mir nicht... Flo, hilf mir mal hier rüber! Ich komm hier nicht rüber! Wie soll ich dir denn da rüber helfen? Keine Ahnung, Mann! Foto, 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 Foto! Warte! Ich halte dich an mir feste! Geht das? Nö! Häng dich Kopf rum und küss ihn! Hier ist Make me facher! Er ist hinter euch! Hä, Wick bescheuert? Der kann doch nicht... Er ist dein Traktor! Wo ist er denn? Der ist dein Traktor! Der ist dein Traktor! Oh! Scheiße! Wo ist denn... Make me facher jetzt wieder? Was zum... Scheiße! Ey! Sorry, ey! Sorry, Ricky, dass ich mich erschossen hab, aber ich musste einfach einmal drüber ziehen, damit ich alle erwische! Ja, weil... Einer vor dir stand! Ah! Hölle, du! Ich hab grad einfach alles, alles weggerotzt, was da stand! Du Hurenfrust! Leute, können wir bitte mal kurz realisieren, dass schon gerade diesen Lastwagen Traktor gelandet wird? Ja! Cupid, du hast uns echt verwirrt! Aber das ist Spider-Man! Aber das ist Spider-Man! Ey, was ist das für ne Waffe? Ach geil, deswegen heißt die Map Homegrown! Was ist Spider-Man? Alter, was hab ich denn für ein... für ein komisches Rifle hier? Spider-Bett! Laser-Rifle, ist das Laser-Rifle gut? Ja, Mann, das kann One-Hipen, wenn du triffst! Wenn du triffst! Oh, scheiße! Oh! Da haben wir ja schon wieder mein übliches Problem! Ja, nimm lieber irgendeine Autoschein! Es ist geil, dass oben in dem Haus läuft so Raga-Music! Raga-Music! In welchem Haus? Oh, Detective ist hier! In dem A! Ah, bei mir ist Raga-Music! Fluff ist hier! Ja? Ich bin einfach kein... Da wäre Lust, wenn wir nochmal weiter wäre! Ja! Da-Dum! Also, ich bin's nicht! Ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht! Ich auch nicht! Ich hab mit Q-Ber schon gar nicht Problem! Ey, Fluff, mach bitte nicht auf mich! Die läuft geile Mocke, Alter! Sorry, dass ich dich getötet hab, ne Riggi? Ja, das ist nicht schlimm! Hier, bei mir ist Rick! Können wir machen! Ah, hier kommt noch Raga-Music! Das ist zu viel! Rigg ist mir viel zu fettig! Ich bin übrigens interessant! Rigg trau ich auch nicht! Ah, Jessie auch nicht! Ich bin aber unschuldig! Hier ist aber hier! Oh! Danke, PayDry! Genau! Danke, PayDry! Genau! Danke, PayDry! Wolltest du da mit Nudeln sein? Oder um es mit ihren Worten zu sagen? Was? Oh, kann man irgendwer irgendwie ihn töten? Das ist echt ganz schön anstrengend! Ja, aber ich weiß nicht, wie ich mit dir rumlaufen will! Das ist mein Problem, was ich so ein bisschen hab! Ja, ich schaffe dir jetzt! Ob du mir traust, ist mir scheiße egal! Da hat jemand geschossen! Ich hab den Reggae-Man exekutiert! Also ich... Warum hast du den Reggae-Man exekutiert? Ich umfachte Flo und beschütze ihn! Und Make Me Fuffa auch! Der war halt einfach ein Traitor, man! Der Reggae-Man Traitor! Ich bin halt übelst am Versteck wie ihn! Ich bin hier oben mit Make Me Fuffa und Bad! Ich hab so ein kleines Problem damit, wenn ich ehrlich bin! Oben mit... Was? Woah! Woah! Ey! Was zur Hölle ist hier gerade los? Alter! Cubit ist doch nicht! Cubit... Ich bin mit Flo zusammen! Es ist Cubit, Alter! Es ist Cubit! Echt? Warte, Flo! Ja, Mann! Alter, diese Laser-Rifle ist ja der... Ey! Okay, Cubit ist Traitor! Flo, komm, gehen wir Cubit jagen! Wo ist der denn? Ich bin mit Jagen! Wo seid ihr? Ich traue ihn ja leider! Ah, ich hab den Detective getötet! Ich hab... Oh nein! Woah! Hier ist Make Me Fuffa! Er hat den Detective getötet! Ja... Wart mal kurz! Willst du mich verarschen? Ey, Wake... Du bist Traitor! Leute! Ich erschrecke dich! Ich stehe auf der anderen Seite, ja? Ich bin entschuldig! Ich mach Selbstspot! Hä? Wer war's denn jetzt? Ich weiß es nicht! Wig war's! Ich war's wirklich nicht! Also ich möchte zwar... Ich war der Detective! Ich stand hier oben auf dem Dach! Wie dumm das gerade war! Ja! Wig hat das Fenster verschossen und war mit auf mich! Es war so ein Reflex! Es war so ein Reflex! Du ballerst auf wen? Und daraufhin hab ich? Ihn zerschossen! Und er hat mich getötet! Doch, wir sind in dem Haus, wo die lustige Rugga-Music läuft! Hallo! Ja, wir hören Licht! Okay, eben hat das Spiel aufgehangen und irgendwie... Oh, hier gibt... Hier sind Bananen! Kann man die als Affe benutzen? Oh, yeah! Oh, er hat jetzt spielen! Wie geil ist das denn? Rugga-Nyoga-Zone! Hey, Flood Army! Kommen bei euch eigentlich nie Blizzard-Games vor? Irgendwas mit Blizzard-Games! Doch! Bestimmt! Hearthstone bei Robin! Hearthstone bei Robin! Ich hab mit Robin auch schon mal Hearthstone gespielt im Stream! Ja, ich hab Hearthstone gezockt! Also, ich bin eh noch... Ich bin eh noch... Ich bin eh noch... Ich bin eh noch... Ja, ich hab Hearthstone gezockt und die geilste Action haben ever gebracht! Ich hatte keine Karten mehr und dachte, man hat da dann automatisch verloren! Dann hab ich aufgegeben! Ja, das ist super! Dad, wo bist du schon wieder? Dad, wo bist du schon wieder? Ich bin auf dem Dach! Kannst du bitte bei mir bleiben? Ich hab irgendwie Angst, Alter! Du warst doch grad noch bei mir! Auf dir! Auf dir das Legerschwert sofort! Ich bin hier nicht mehr raus! Oh, hier ist jemand bei mir! Wo bist du? Wer ist denn da? Hallo? Im Haus unten! Ich hab keine Waffe! Jetzt bleib doch mal stehen! Wer auch immer in Kanalisation ist! Hallo! Dad! Hier ist Frodo! Ja, hier ist... Hier sind noch Robin und äh... Ich bin hier mit Q-Bert! Ich traue Q-Bert nicht! Also, ich hab die ganze Zeit auf den Kopf gezielt! Wow! Ich schwebe von hier oben! Ich bin's nicht! Ich... Nee, Papa ist der Dete! Ist ja klar! Das Leut guckt viel zu oft auf mich! Ich hab Angst! Ich bleib bei Ricky Dickey! Ich bleib bei Ricky Dickey! Weil der hat mich grad eben schon... Bad! Oh, da schießt der da! Alter, ich hab den Headshot! Oh, endlich hab ich ne Waffe! Bad is it! Bad is it! Der Bär ist schon tot! Ich hab ihn getötet! Jagd auf Bad! So, mit etwas Glück bin ich jetzt gleich auch auf dem Server! Jagd auf Bad! Wow! Was war denn das? Da ist jemand mega laut! Wer hat da grad gesprochen? Entschuldigung, ich bin so geboren worden! Der läuft grad überall im Hintergrund rum! Soll ich mich mal leiser machen? Ja, mach dich mal unbedingt leiser! Ja, mach dich laut! Fairbanks ist Triggerhead, der steht hier! Ja, der steht da auch bei mir! Ja, der steht da auch bei mir! Hä, wo bist du, Chung? Dass du Fairbanks siehst? Weil der steht neben mir, aber du bist ja nicht hier! Fairbanks ist da drüben auf dem Dach mit Frodo zusammen! Nicht erschrecken, ich erschieß jetzt mal den Vogel hier! Wo ist denn Bad jetzt eigentlich? Okay, die Lautstärke so! Jemand hat beschossen! Bester! Ja, ich war da! Ich hab auf den Vogel geschossen! Ey! Black Me Fuffer hat gerade jemanden getötet hier! Ey Rick, wie gesagt... Oh, shit! Okay, lieber Entschuldigung! Der Detektor war einfach... Der Detektor hat einfach... Der Detektor hat einfach... Der Detektor hat einfach... Der Detektor hat einfach... ...random Leute und der Detektor macht einfach... Der Detektor hat einfach... ...ein... Ey, der Detektor hat einfach... Fuck! Na, so ne Scheiß... Meine Lautstärke ist in Ordnung. Du hast mir Angst gemacht, Robin. Hast du schon wieder irgendwen getötet oder was? Ja, ich bin deutsch für dich. Wer ist denn jetzt, wer ist denn jetzt tot? Also gut, ne blöde Frage, wer ist denn jetzt tot ist ne blöde Frage. Ich bin in dem Haus und ich komm nicht mehr raus. Ich hab mich übelst verlaufen. Brodo ist es. Ich bin nur runtergefallen, aber ich komm nicht mehr raus aus dem Haus. Ich bin im Haus gestürzt. Scheißegal, aber es ist Frodo gewesen. Es ist Frodo. Hä, ist Rick nicht Dete? Ja. Eure fiesen Anschuldigungen, ja, als ob ihr mich beleidigen würdet. Ich lass sie einfach an mir abprallen. Ha, Spiegel, jetzt seid ihr's. Alles was ihr schon mal sagt, seid ihr selber. Ich hab mich wieder mal verlaufen. Ich hab mich auch verlaufen. Ey. Wig, kauf dir das, äh, das Grapple-Hook, dann kannst du es weiter weg spielen. Alter, what the fuck, wer schieß denn auf mich? Boah. Deine Mama schießt auf mich. Who's your daddy? Ich bin so froh, dass ich so verkackt hab, Robin zu erschießen. Ey, Wig. Vor allen Dingen, dass du aber, ey, aber du. Bad, ne? Du hättest gar nichts sagen müssen mit dem Headshot, weil, dass er bad sagt, hat eventuell nicht jeder gehört, weil es sehr laut war in dem Moment. Und was? Ja, ich weiß, trotzdem. Du hast dich dann zusätzlich nicht. An dieser Stelle kurz erwähnen, ich finde, wir haben zu wenig Waffen. Ja. Echt jetzt? Lass es machen, Regen. Ich bitte kurz erwähnen, dass ich, dass ich den Traitor erschossen habe, vom Detective getötet wurde. Nachdem er die ganze Zeit neben mir dabei war. Ach, warte, stopp. Du hast bad getötet? Ich hab bad getötet. Ach, scheiße. Das hab ich gar nicht mitbekommen, weil dann hätt ich dich ja auch getötet. Das hab ich auch gar nicht. Das hab ich gar nicht mitbekommen. Ja, ich dachte, du hast ihn gekriegt. Im Sinne von, du hast den Headshot gegeben. Er hat mich gekillt, deswegen hat mich jetzt geärgert. Ich hab ihm Headshot gegeben. Na ja, Rick hat erst mich erschossen und dann hat er... Ich hab einen Mega-Lag-Ping. Hallo. Innooo. Ja, da sind wir gleich vorbei. Hallo. Innooo. Leucht das bei mir? Oh, mein Karma ist echt schlecht. Ach da. Ja, Rick, dein Karma ist so... Wo sieht man deinen Karma? Alter, wir haben alle so ungefähr den Ping auf Doom. Ja, mach ich eigentlich so wenig Punkte. Wenn dein Karma noch mehr sinkt, wirst du gebannt vom Server. Ja, weil du ein schlechter Spieler bist. Ja, oh, ich hab das denn. Wie war das bei mir? Äh, hier ist grad jemand gestorben. Das war, weil ich, Herr Rick, aus dem... vom Gebäude. Wo? Echt jetzt? Ja. Ich bin hier übrigens mit Fairbank. Hey, ja. Ich bin mit Melio da. Vorsicht, ich komm zu dir hoch. Ich glaube, Chung ist Traitor. Der hat auf mich geschossen. Du hast doch grad auf mich geschossen, Alter. Aber ich hab doch deine Remington grad schießen hören, Alter. Ich erkenne doch mehr Remington. Hast du den Schrein nicht gehört? Rick war innocent, Alter. Was hat der D-Stick hier? Innozen. Die Jungs, wo seid ihr? Hey, ich war letztens wirklich auch Runde bei Rick auch so. Der hat auch zwei in und dann getötet. Aber ist das Rick? Ja. Ja, ich hab mich nur reposiert. Ja, also bitte. Die Jungs, wo seid ihr? Ach, Chung, hier ist Chung. Okay, hallo. Hahahaha. Was ist das denn? Was? Ich chill bei dir rum. Ich hab Angst vor Fehl- Äh, vor... Mach doch. Mann, wir machen das gar nichts. Ja, was? Nein, bitte nicht. Ah, Vorsicht hier ist Robin. Hier sind alle, hier sind drei Leute oben. Qbert, Robin und ich bleib mal hier hinten an der Kiste stehen. Hier, hier. Und Chessy. Aber du bist ja... Guck mal, guck mal Frodo. Guck mal, da hätt ein Bett. Hinter der Kiste, Alter. Lass mich in Ruhe. Du Scheiß guck ich weg, Alter. Du Scheiß guck ich weg, Alter. Ja, der siehst du doch rein. Nimmst du doch rein? Das Laserschwert, Mann. Der Fluss? Geil, Alter. Ich hab den Fluss damit gestöhnt. Warte, stopp. Ah, Fairbanks ist es! Ah, der schönste. Warte. Fairbanks. Was, wer schießt auf mich? Fairbanks. Oh, fuck. Alter, wer... Ah, der Rinderrack. Pass auf. Pass auf, pass auf. Und links, 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 links. Okay, wir geben dir eine Chance. Bad. Wir verhandeln mir jetzt, oder was? Also entweder du stellst dich und wir geben dir eine untere Verhandlung. Ah, nein! Äh, oder du stirbst. Was? Schlagst du dazu? Warte mal kurz, sind alle anderen tot? Äh, kann ich nicht irgendwie auf Amnistie oder so? Ja, kannst du. Ähm. Okay, wir können dich, wir machen dich zu unseren... Warte mal, halt mal still. Okay. Ähm. Das klappt nicht so ganz, oder? Nee, nee. Komm mal raus und, ähm... Komm, wir machen ein ehrliches Duell unten auf der Straße. Ja, ja, machen wir. Was? Aber... Ohohohohohohohoho. Alter, geil. Um zu ensher bitte runter auf der Straße. Du komm herunter, ich komm runter, dann regeln wir das hier. Was ist das für ne fucking Waffe? Man dann schießt ihr doch einfach bad, ist seid doch nur noch ihr beide da. Ja, ich 아이不能 nur unserer Leben. Ich würd sagen Fairbanks ist doch auch fast tot. War das ein geiler Schuss. Das sah gerade so gut aus. Ey, die ist doch nicht fanden tot. Wer war denn da ne andere?